willkommen ihr lieben bei einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten ja ich bin voll aktuell am farm dran ich habe gedacht ich halte euch das einfach mal ein bisschen mit fest hier und erläutere euch aber ganz ganz sicher hier den titel und was ist denn eigentlich bei diesem titel geht connections ja wofür sollte man eigentlich connections haben ich denke mal wir sind ja aktuell in der liga und viele fragen sich natürlich art und du kommst du jetzt so in die vielen clans überall kannst du liga spielen das liegt glaube ich ich hoffe das liegt nicht irgendwo an irgendeinem youtuber rang jemand hat oder sonst was das könnt ihr alle auch selber das weiß ich man muss es nur wollen denn ich bin ja auch mit meinen gerade mit meinen neunern und mit dem ja okay mit dem mit dem zähne jetzt nicht wirklich aber mit den neunern immer mal wieder nicht mit in die liga gegangen weil ich habe kein klang habe ich habe kein kein clan mehr gehabt der halt dieser diese liga auf diesem niveau spielt und entweder waren sie höher das heißt also es wurde nur apparatus 10 mitgenommen oder aber sie waren extrem niedriger wo du dann halt als neuner ganz jenseits von ganz ganz vielen bist das war das war aber nie der fall und dass deswegen habe ich mich ja auch auf die suche gemacht und nach einem clan vor allen dingen hier mit mit dem schief und habe da auch so ein bisschen meine fühle ausgestreckt vorher schon bin natürlich gefragt worden also top quelle für sowas ist immer finde ich das ist jetzt nur meine persönliche meinung natürlich die connections die irgendwo nach außen hast in die sozialen medien aber auch discord glaube ich gehört da ganz ganz stark zu bin ja in etlichen discord-servern ob das jetzt cwls cc local clash und etliche andere noch natürlich auch in meinem selber und darüber bin ich da eigentlich reingekommen beziehungsweise in diesen klaren hier mit dem schief reingerutscht denn das ist ganz klar ein clan die haben händering neuner besucht ich habe das ja ich habe das nicht publiziert nur beim klaren herausforderer und bei den spätzeln mit so es habe ich das preis gegeben dass der clan hier gerade im rathaus neuen bereich halt aktiv gesucht hat weil letztendlich wollte ich natürlich auch nicht dass hier jetzt anfragen kommen und dann werden doch nicht alle mitgenommen also ich wollte eigentlich letztendlich man wirklich enttäuschen ich glaube das können wir aber abbrechen an der stelle wollte hat niemand enttäuschen und deswegen ist das eigentlich so gekommen dass ich im clan auch later macht das mal later deswegen bin ich hier im clan kingdom ist ein level 13 clan von jemanden den ich auch kenne das heißt also der jenige welche der dia hier mit dem den habe ich in der cwl kennengelernt das heißt also in dem clan cwl allstars mit wo ich mit avatar meine vielen marken vor allen dingen gemacht habe das war eine frage in den kommentaren woher hast du so viele marken mit dem avatar ich hatte ja über 800 weil ich alle liegen mitgespielt habe und wir haben immer gewonnen das heißt also ich habe selber gute marken gemacht dort wir haben die kriege immer gewonnen deswegen kommt man dann auf so viele marken und der dia hat mich halt gefragt der toto hast ein paar neuner denn wir sind so ein bisschen unterbelegte oder als unterbesetzt hier vor allen dingen in den bereichen das seht ihr hier unten auch und ja so bin ich so bin ich eigentlich in diesen clan reingerutscht also so ein bisschen die fühle ausstrecken bisschen so hier und da auch mal ein ohr haben und dann das schafft jeder also ganz ganz abseits hier vom toto oder was auch immer das packt jeder der so ein bisschen was in seine dorf lege rein nimmt dorf lege man natürlich jetzt nicht so super gerasht und mich nimmt ja nie einer mit kann ich wenigstens ein paar marken ablegen aber ja so bin ich hier letztendlich rein gerutscht und das meine ich eigentlich so ein bisschen mit connection moment diese connections rein wie die sich so schlagen eigentlich ist ja jeder da für sich selber verantwortlich dass er also ein bisschen zu sieht irgendwo liga zu spielen rathaus 7 rathaus 8 oder sogar tiefer ich würde eigentlich interessiert mich tatsächlich brennend ob es auch liegen gibt die so im 7 6 5 4 bereich dieser diese liga spiel und ich habe tatsächlich den alex frei der alex ist der alex ist leider einer der diese liga auch nicht mitspielt als rathaus 9 er hat er jetzt erst mal sieben tage nix macht wirklich nichts macht außer ein bisschen gleich sein nachdorf pushen aber sonst macht er halt wirklich gar nichts und mit dem wäre ich unter umständen sogar bereit jetzt ab ich muss mal gerade gucken ab ab sonntag montag bei euch in die klar zu kommen vielleicht auch sogar in den live stream am wochenende da bereite ich mich übrigens gerade ein bisschen vor ich muss gerade mal ein bisschen in himmel reingucken die base ist übrigens wirklich nicht gut nehmt nehmt die nicht wer ist es wirklich nicht gut nehmt die nicht denn mir ist heute abend licht ausgefallen und ich muss jetzt so ein bisschen improvisieren ich sehe auch ich bin ich bin ein bisschen überbelichtet also ein bisschen zu stark beleuchtet weil ich jetzt von der watt anzahl nichts anderes nichts anderes da hatte als dass ich das jetzt improvisieren muss aber ich denke mal bis zum live stream am samstag habe ich in jedem fall wieder die passende watt stärke hier oder die weniger watt stärke denn es ist doch ein bisschen bisschen arg hell hier jetzt aber ich kann es halt nicht unter dem deswegen verzeiht das aber ich glaube ja ich sehe das kann so ein bisschen der aufnahme ist glaube gerade noch so in ordnung ich habe die kamera so ein bisschen runter belichtet und deswegen also wie gesagt es ist jeder für sich selber verantwortlich was er der macht der klaus ist mit uns hier rüber wir haben hier also in der klaren beschreibung steht übrigens drin ex gäste da kommen wohl drei von den herausforderern oder vier ich komme jetzt davon der spätze mit so ist da sind wir sowieso nur noch drei oder vier neuner und ich glaube einer ist noch von dir seiner truppe so ist das ja eigentlich aufgebaut aber der marco der klaus kinski hat das sehr gut gemacht auch diese base geregelt ich hätte fast gesagt in die in diese base also falls ihr sie noch mal seht da kannst du truppen von irgendwo rein schicken mit ein bisschen golem mit ein bisschen helden mit ein bisschen hexen die ist wirklich nicht mehr so so optimal ich meine da muss jetzt ein sehr ungeübte angreifer sein um diese base hier nicht zu schaffen ich meine es ist schon eine knappe kiste gewesen die er hier fährt ich glaube im letzten live stream habe ich diese base hier mit donnerbänge gemacht oder mit alex genau weiß ich gar nicht mehr da kann man auch die golem schön immer rumlaufen lassen immer schon ein paar hexen dabei und irgendwann gehen die gehen die truppen in der mitte weil nichts mehr außen ist also cool gemacht hier schönes ding ja ein bisschen höher und wir schauen mal was der stier hier so gerissen hat auf diese alte ring base hier also vor allen dingen mit x bogen auf boden luft boden boden da bietet sich so ein bisschen finde ich jetzt auch nach auch eine luftruppe man vor allen dingen ist sind diese bases hier mit den singeln infernos nach wie vor anfällig gegen luft denn ich gebe euch mal einen kleinen tipp euch 10er oder 11er vielleicht ich meine er ist jetzt ein rathaus 10er die valkyren etwas gesagt wenn du sie so früh setzt dann können die nur ein rundlauf machen ich halte das hier eben mal an wenn ihr solche bases halt mit valkyren macht oder irgend noch was im back end habt dann müsst ihr zusehen dass mindestens 180 grad ich markiere das hier mal von dem bogenschützen turm bis zu der luftabwehr hier muss alles geklärt sein vorher bevor man die valkyren setzt denn sonst die laufen einfach die laufen nach rechts und links raus und dann ärgert man sich meine valkyren laufen alle raus ja weil du musst diese 180 grad klären sonst kriegst du die truppen nicht in die mitte denn die nächsten gebäude die die anvisieren sind noch meilenweit nahe oder viel zu nah als das jetzt valkyren hier in die mitte latschen würden deswegen latschen die halt alle außen rum nummer so als tipp aber so eine base kann man kann man super machen auch als rathaus 10er indem man sich hier die queen schnappt das haben jetzt die valkyren hier gemacht und die cb irgendwie lockt dass das kriegt man hin jetzt mit einem ganz 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 kleinen kill scott bestehend nur aus king queen und vielleicht ein zwei drei magiern und ein bowler dass du die klaren burg weg bekommst und dann überfliege diese bases hier einfach mit luft ist so punkt vielleicht kann ich solche auch vielleicht kann ich solche auch noch mal zeigen nur mal so als kleinen als kleinen taktik tipp vor allen dingen weil hier stand auch außen das die clan burg da kannst du super hier mit dem kill scott arbeiten da war da war natürlich jetzt ein elektro drache drin und wenn der erstmal rum fliegt dann kriegst du dir nicht mehr in gift also kann der richtig schalten und walten und ihr seht das hier wenn der da mal loslegt dann ist ja eine golem jetzt schon mal essig und aus der mitte feuer jetzt drei x bogen wovon zwei ja eigentlich sogar auf boden stehen das schreit schon nach luft und auch die single in fernos schreien eigentlich danach greift mich aus der luft an und der die er selber hat sich mit einem seiner accounts die ehre erwiesen also rathaus das müsste eigentlich rathaus 11 auf 11 sein er hat zwar auch ein zwölfer aber ich glaube der ist schon ein bisschen höher und wir das hier gelöst mit hola und heil an ich gehe ein bisschen näher für euch rein dass wir das auch ein bisschen genauer sehen und ja ich meine wenn ihr eure accounts nicht in die cwl rein bekommt aktiv meine upleachen ist immer wenn euer clan dann gewinnt mit upleachen das habt ihr mal in einem video gesehen meine ich natürlich einfach die marken kassieren für den clan immer schön die daumen drücken dass die für euch die siege rein fahren und dann erntet ihr natürlich die marken aus der liga wo die gerade sind denn sonst tretet ihr so ein bisschen ihr tretet einfach so ein bisschen auf der stelle so wie ich das auch manchmal mache das habt ihr gerade gesehen das war zwar eine anekdote aus einem anderen spiel aber so ist das irgendwo trittst du dann auf der stelle machst nichts mehr bis nicht mehr aktiv ich merke dass er selber an meinen neunern ich ja ich verkomme dann auch so ein bisschen so in so einem trott so oder da machst du so einen angriff mal abends im nachtdorf du übst nicht mehr farben brauche ich mit dem nicht mehr weil die gehen ja zurzeit nicht weiter und deswegen ist das so ein bisschen so eingefahren trott ich bin froh dass ich mit zwei rathaus neunern jetzt aktiv die liga mitspielen darf bin ich auch sehr dankbar für das ist ja einmal hier der schief und auch im klaren sind die säbel habt ihr die tage gesehen haben wir einen zweiten klaren ja gebildet wo wir aktiv spielen und wie gesagt ich bin da sehr dankbar für ist zwar ein bisschen bisschen mehr spielerstress setzt für mich aber das ist nicht schlimm da ich natürlich auch sehr sehr gerne klaren klaren kriege spielen möchte und und mache und werde denn ich finde clash of clans ist einfach klaren betteln klaren kämpfen ob das in der liga ist oder in den normalen cw ist meine grinden und oder grinden und farmen dass das gehört immer dazu klar ich das ist in so einem spiel dass der mobile game ist das nicht anders als in irgendwelchen rollenspielen wurde irgendwo was grinden ist die erfolge er spielt und 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 ist das hier genau das gleiche dass der fortschritt voran kommt und irgendwo steht der fortschritt natürlich bei zumindest meinen rathaus neunern der hier muss ja noch ein paar hellen level machen bevor auf 10 geht aber die anderen brauchen halt nicht zu machen sie können halt sterne sammeln und können besser werden in ihren attacken in ihren in ihren taktiken und auch ich versuche da immer wieder so auch wenn es nur so kleine details sind ja mal hier eine truppe mehr mal da eine truppe weniger mal einen ordentlichen queen walk hingelegt auch das versuche ich immer wieder so ein bisschen auch bei meinen rathaus neunern rauszukitzeln aber schön gemacht hier selber von dir auf den auf die nummer drei und wir haben die erste runde hier auch ganz souverän gewonnen 36 zu 27 und das war gar nicht mal so weit weg die nächste runde wird sicherlich etwas knackiger denn dort haben wir etwas mehr rathaus zwölf da oben ein haben wir mehr der rest ist durchwachsen ihr seht das schon jetzt müssen wir schon ein bisschen mehr überlegen denn hier unten das seht ihr jetzt ihr seht das jetzt auch mal wir sind eine ganz gute partie neuner hier unten 1 2 3 4 5 6 9 hier unten der gegner hat auch neuner hat nur ein achter also der vorteil ist jetzt schon nicht mehr ganz so deutlich und auch hier elf gegen elf ich gucke mal was der cr7 hier so als base für mich denn hat als mein gegenüber und ja das ist eine 9er base mit dem 10er rathaus mit helden die nicht ganz so stark sind wie meine also erst mal so groben daumen geschätzt kann das was werden ich denke mal auch die luftabwehren sind alle noch auf rathaus 9 niveau also das ist noch keine 10er base und der kollege hat selber hat auch erst 230 truppen also da tut man sich auch noch im rathaus 9 bereich schwer es sei denn du bist ein ganz guter attacker und ich glaube der klaren gegner mit level 10 ist jetzt auch nicht ganz so vom pappe also wie gesagt seht zu dass ihr in den nächsten liegen mit euren accounts irgendwo unter kommt haltet die ohren auf und bleibt da einfach so ein bisschen am ball das sind so meine kleinen tipps die ich euch geben kann da ich sie jetzt selber mit diesen neuen hier so ein bisschen erlebt habe und von daher würde ich sagen wir sehen uns in jedem fall am wochenende ja wir sehen uns natürlich im live stream am samstag und ihr seht aber heute nachmittag spät nachmittag noch eine broters folge ich bleibe jetzt einfach mal so sitzen also die die dann beide videos gucken denken sich auch der tuto zieht sich nicht um der bleibt jetzt einfach sitzen und euch noch eine brot eine broters folge um die ohren heute nachmittag denn da gibt es auch ein bisschen was neues da steht auch für mich die zeit nicht wirklich still ich gehe einfach weiter bis dahin bei bei euer tuto so